Holen Sie sich das lokale Wetter direkt nach Hause. Die WS2307 von Technoline empfängt Daten wie Niederschlagsmenge und Luftdruck über den PC und USB-Kabelos. Neben den herkömmlichen Funktionen wie Funkuhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeitsanzeige empfängt das Modell Wetterdaten wie Windchill, Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Zusätzlich ist das Modell mit einer Sturmwarnung ausgestattet und hat eine Alarmfunktion für bestimmte Wetterkonditionen. Die Station wird mit Software und USB-Stick geliefert und eignet sich für eine Wandaufhängung oder Tischaufstellung.